Hallo, ich bin der Didi und ich vertrete Mervil Manufacturing Handmade Snowboards. Ich darf dir heute die Colab mit Roxy vorstellen. Das Breeze ist ein Directional Board, Hybrid Shape. Das bedeutet, wir haben einen Rocker zwischen den Bindungen und Camber, Gegenspannung, Tip and Tail. Also ein perfekter All-Mountain Shape, der aber durchaus super verspielt ist, damit man einfache Turns machen kann. Super geeignet auch für den Park natürlich und durch den Directional Shape auch die ersten Schritte beim Freeriden ins Gelände fahren, ist das Board perfekt. Wir haben Magna Traction, wie man das von Mervil Snowboards kennt. Das ist eine gewählte Kante, kann man sich wie ein Steakmesser oder Brotmesser vorstellen. Turns Ice into Powder. Du wirst dich immer auf die Kante verlassen können, auch wenn sie stumpf ist. Du hast immer super Grip, speziell natürlich auch wenn es eisig ist oder auf Kunstschnee unterwegs bist. Dann braucht man einfach einen super Grip, auf die man sich verlassen kann. Man braucht einfach auch ein bisschen weniger Kraft. Ansonsten durch den Direction Shape, wie gesagt, ein super Board auch fürs Gelände fahren, schönes Design. Also ich würde mich freuen, dich auf diesem Board heuer zu sehen.